Willkommen in der Sand in the Bay. Heute machen wir das ganze mal etwas speziell. Denn wie ihr seht, ich bin nicht in meinem Setup, ich bin in seinem Setup. Ich bin bei Tim zuhause, bei Tim K's Nerdcrate. Und ich habe mir gedacht, ich habe ein kleines Review-Unboxing heute vor und er weiß noch nicht was drin ist. Ihr wisst es schon, ihr habt das Tanknähe gesehen. Er hat aber noch keine Ahnung und deswegen darfst du jetzt das Paket öffnen. Vielen Dank. Während Tim am schneiden lässt, die Figur gehört der lieben Miss Onslaught. Also bitte sei vorsichtig. Sie hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mir die Figur vorher anzugucken und habe ich definitiv. Von daher schon mal schönen Gruß und vielen Dank. Featuring das stumpfste Messer aller Zeiten. Für Klebeband wird es gerade noch reichen. 2, 2, 2, 3. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Was ich sag. Paket für das Ausbau, was ich sag. Zack, zack, so. So. Fuckin' Tassel. Tief Robots typisch sehr gut verpackt. Oh, oh, oh. Was haben wir da? Wir haben Makel Toys Buster Skywing, aka Heavy, Stylized, Jetfire, IDW, G1, whatever, was sie sich gedacht haben. Er ist aus der Cross-Termensions-Reihe. Cross-Termensions-Reihe, genau. Es gibt den Prime, gibt es auch in diesem Scale und dann gibt es halt den Thunder Manus. Das ist halt auch nach dieser Super-Gin-Rai, God-Gin-Rai und der ist so Legend-mäßig. Selben Namen. Okay. Oder Strikers? Kannst du sagen, Strikermannus? Das ist Strikermannus. Strikermannus. Egal, ich komme da mal durcheinander. Jedenfalls hat die Liebe mit Onsdok gefragt, ob ich Bock habe, mir Buster Skywing anzugucken. Und ja, das nehme ich doch gerne an. Safety first, momentan mehr safety first. Safety first. So, aber ja, cool. Wir packen den jetzt einfach mal zusammen aus und gucken, was der so kann. Also Marketeurs generell, eigentlich eine qualitativ hochwertige Firma. Also da mache ich mir wenig Gedanken. Nee, vor allem wenn wir den, wobei die hatten eine Zeit lang, hatten die wohl in Anführungsstrichen ein bisschen Probleme mit der Quali, glaube ich irgendwie, aber ähm, spätestens zu Zeiten von besagten Strikermannus und auch dem Rioter Descotron und Downbeat war das kein Problem mehr. Also. Ja, schöne Box. Schöne Box. Ja, schön. Sehr schön sogar. Wir haben hier so, einfach mal so. Schön hier, äh, partial, die waren da stehen, ich noch zu sagen, partiell foliert, wie das in Wiedengestatter sein, äh, feit. Schöne Frontart, was das geil, wie sieht fast aus, als wenn das so ein durchsichtiger Schuber oben drüber wäre. Cool. Ist das ein bisschen leider nicht, aber. Sieht die Transparente, cool aus, äh, an der Seite so ein bisschen Wrapparound, auf der Seite hingekippt, den Jetmodus, auf der Rückseite, Playfeature, 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 der kann auch, wie viele Modi hat der denn, um Gottes Willen? Der hat etliche, der hat das und du kannst ihn ja auch mit dem Strikermannus kombinieren. Ach, gut, für die Glück habe ich den nicht, den Teil auslassen. Ich mag den Jetmod ja sehr, sehr gern. Der Jetmodus ist voll, wenn das Gründer hat. Ja, total. Sieht echt, sieht cool aus. Papier, die Pappe ist ein bisschen dünner. Also, das ist mehr so, wenn das in der heutigen Zeit von Amazon direkt verschickt worden wäre, wäre das der Schipperkarton und eine Vollkatastrophe. Richtig. So, ich will ja auch was auspacken, deswegen mache ich jetzt weiter. Genau. Zack, einmal das Bändel an der Seite. Ihr seht, das ist hier wirklich ziemlich dünne Pappe. Oh, ich hasse diese zusammengeklippt. Ja, das macht Market Toys fast immer. Richtig. Also, es gibt ja hier der Clamp Shards, wo du einfach zwei Teile hast, aber halt Basisdeckel. Und Market Toys hat halt immer hier diese, die so quasi zweiseitig zusammengesteckt sind. Und was hier bei cool ist, da sind Sachen oben drinnen, in Tüten, die kannst du rausnehmen. Aber der ganze andere Kram, was ich hier sehe mit Flügel und so weiter, reißt das auseinander. Das macht einfach strrrr in der ganze Kram. Oh, das ging jetzt aber einfach. Das ging gut. Das ging einfach. Zack. Was ich sehe, gefällt mir und sieht voll nach Diaclon aus. So, was haben wir denn da? Oh, der sieht cool aus. Ja, auf den ersten Blick muss ich sagen. Stabil. Mach mal ein bisschen näher. Ich bin bei den Armen ein bisschen vorher. Einmal hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Und einmal fallen lassen. Rücken ist jetzt gerade noch so ein bisschen hoch, da fehlt das Backpack. Das kommt gleich, aber das ist schon das Erste, was mich ein bisschen nervt hier. Ein bisschen sehr locker, aber... Wobbly mess. Ja, gut. Wobei, am Ende hält er das ja so auf dem Rücken irgendwie wahrscheinlich, dann ist es nicht so schlimm. Nein. Spitz ist es aber. Aber es ist so besser. Das ist realistisch. Ich meine, wer hat schon... Oh, schön. Den Visor ey. Cool. Das ist das, das ist das, das ist schön. Wenn ihr nicht nur so einen Deckel hoch, könnt ihr runter machen. Schick. Plastik fühlt sich gut an. Wir haben die Triebwerke noch mit dabei, zwei Stück davon. Ich weiß nicht, ob ich die Softratches mag. 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 Was sollen wir hier noch? Oh, guck mal. Oh, cool. Hier so eine kleine Matrix. Ihr seht, wir gehen gleich dann quasi zurück ins Sentinel Studio und dann seht ihr jetzt alles auch noch mal in deiner Aufnahme. Ein bisschen Turbiendetails. Cool, drehen die sich. Übermäßige Ansprüche hier. Da kommt einigermaßen durch. Dann haben wir hier die zwei Kanonen für die Rücken dann vom Flieger. Ist alles roter Kunststoff, aber schöne Akzente hier. Tempo-Paints drauf. So ein gläuliches Silber als Farb-Akzent ist alles cool. Also detailverliebt ist auch auf jeden Fall. Macht einen guten Eindruck. Hier haben wir noch ein paar Zubehörteile. Ich schätze, das wird hochgeklappt. Und dann wird das da oben runtergeklemmt. Das gucken wir uns gleich alles in Ruhe an. Genau. Das macht ihr Dennis dann für euch, aber wir können ja schon mal ein bisschen hinprobieren. Letzter Teil ist die Anleitung, die ist, ohne sie jetzt ausgepackt zu haben. Oh, oh. Oh, das klingt schön. Oh. Oh. Aber stabil, ne? Es wackelt nichts rum an der Figur. Ist das richtig oder unfertig? Oh, zack mal. Oh. Jetzt müssen wir mal, also was wir gerade erzählen. Wir haben hier auf dem Knie da ein rotes Tempo. Und auf der Seite nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Packung auch so ist, würde ich sagen, es stimmt. Ist so. Hä? Sieht trotzdem unfertig aus. Sieht ein bisschen seltsam aus. Das stimmt. Aber. Ah. Okay. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Genau. Das finde ich komisch. Das fühlt sich irgendwie... Ne, ist okay. Ist es ein Softrache, aber ich finde es irgendwie... Ne, ne, ne. Damit kann ich leben. Es macht keine komischen Geräusche. Das passt. Oh. Full Range. Schön. Oh. Also. Das ist mal interessant. Ein Heavy Duty Softrache. Also. Ist kein Dark Cars in der Figur. Ist alles Plaste. Aber der ist vollgeknallt mit Hardware. Yo. Die ist geiler. Und die auch hier. Ja. Also. Erster Eindruck würde ich sagen. Stabile Figur. Und ja. Würde sagen. Nicht für mich, aber schick. Nö. Auch nicht unbedingt für meine Sammlung. Aber jetzt machen wir hier draußen mal einen Jet. Und dann gucken wir uns das Ganze im Detail. Ich nicht. Bevor wir uns die Figur richtig anschauen können. Müssen wir erstmal diverse Teile montieren. Und zwar haben wir hier einmal. Diese kleinen, klitzekleinen Kanonen für den Rücken. Rotes Plastik. Entsprechend hier mit diesem bläulichen Silber. Und ein bisschen Tempo Paint auf der Seite. Und ein bisschen Gun Metal. Cool gemacht. Schöne Liniendetails. Gefällt mir schon mal gut. Dann haben wir hier diese Turbinen. Die haben hier diese Dreierwaffe vorne drin. Das sieht ganz cool aus. Auch hier diese Gun Metal Akzente. Ähnliches Tempo Paint. Und das gleiche Silber. Ebenfalls schön gemacht. Keine Hohlräume. Schöne Details. Und wir haben zum Schluss hier dieses massive Flügel Pack. Weißer Kunststoff. So mattweiß. Sehr, sehr cooler Kunststoff, wie ich finde. An der ganzen Figur zu finden. Roter Akzent. Blauer Akzent. Gun Metal Akzent. Und das alles muss jetzt hier irgendwie dran. Wir fangen mit dem Jetpack an. Und wir fangen mit dem Jetpack an. Das beginnt, indem wir hier die Flügel einmal rausziehen. Und dann einmal rumdrehen. Und dann haben wir hier diese Öffnung. Und am Rücken von Buster Skywing findet ihr diese... Nein, der will gerade nicht so, wie ich will. Dieses Teil. Und das klappt hier entsprechend raus. Und steckt die Flügel... Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, von unten dran. Genau. Also entsprechend hier rein. Zack. Und klappt dann... Mal gucken, dass sich das hier nicht verhakt. Ah. Müssen tatsächlich nach oben sein. So. Und klappt dann hier das ganze Ding nach unten. Die Flügel legt... Oder diese Teile legt entsprechend hier auf dem Rücken. Dann stehen die hinten so ein bisschen über. Und ihr habt ein sauberes Backpack. Und die Flügel müssen ein bisschen einklappen. Das Teil ist wie gesagt schon... Oder wie schon gesehen leider etwas locker. Dann haben wir... Ihr seht, wenn man die Flügel auseinander zieht, legt das hier diese beiden Ports frei. Die sind gedacht für diese Kollegen hier. Die stecken wir da einfach links und rechts rein. Und dann bleiben uns noch die Turbinen. Die kommen quasi mit dem Spitzenflügel nach unten und dem hier nach außen. Ihr habt hier den Port, da den Steck... Äh, den Pin entsprechend. Und dann steckt ihr das da rein. Und dann ist euer Buster Skywing soweit erstmal fertig zusammengebaut. Wir haben noch ein paar mehr Zubehörteile. Die sind allesamt für den Combined Mode mit Striker Manus. Das ist deren Optimus Prime aus der gleichen Serie. Und die werden entsprechend dafür gebraucht, um die beiden dann so zu kombinieren. Das wird dann quasi wieder so ein Jetpack Anzug für Optimus Prime. Wie wir das aus den Movie Figuren ja auch schon teilweise kennen. Und dieses Teil zum Beispiel kommt entsprechend... Wir gucken, wie man das hier öffnet. Zack. Kann man hier entsprechend dann tauschen, damit ihr dann so eine kleine Matrix da drunter hackt. Und die anderen Teile werden dann entsprechend in der Rüstung mit verbaut. Kann ich euch nicht zeigen, weil ich diesen Striker Manus nicht habe. Wollte nur wissen, dass ihr wisst, wo ihr das zuordnen müsst. Und da haben wir ihn in seiner vollen Pracht. Und das Design ist schon ziemlich cool. Es ist ein neu interpretiertes, stilisiertes Design von Jetfire. Aber ja, es ist eine Eigeninterpretation. Also es ist diese Cross-Dimension-Linie von Market Toys. Die ist wirklich eine Eigenentwicklung sozusagen. Man hat das Ursprungs-Design genommen und hat das Ganze neu interpretiert für so eine Art eigene Zeitlinie. Es ist also nicht irgendwie IDW-Vorlage. Wobei es vom Gedanken her natürlich durchaus vergleichbar ist. Und ich glaube, die Figur würde auch in ein IDW-Regal, zumindest vom Stil, ganz gut passen. Von der Größe vielleicht nicht. Dafür ist sie unter Umständen etwas klein. Das sehen wir aber gleich noch. Wir gucken mal auf den Kopf. Sehr, sehr cool gemacht. Silberbemaltes Gesicht. Blaue Augen. Dann mit dunkleren Silber hier. Die ganzen Details am Kinn und an den Wangen abgesetzt. Der Helm entsprechend mit einer anderen Farbe. Hier wunderschön. Dieses Metallic-Plastik und so. Das sieht schon cool aus. Und wenn ihr dieses Visier runter haben wollt, klappt einfach den Helm nach unten. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen diesen Macross-Look hier mit der Doppelantenne und so. Das ist schon cool gemacht. Und ansonsten viele Akzente. Vor allem mit Rot-Blau und Gunmetal gesetzt. Hier dieses blau-transparente Silber übermalt. Hier für das Cockpit. Das sieht cool aus. Wir haben hier oben schöne Liniendetails auf den Turbinen. Überhaupt hat er schönes Linework insgesamt. Überall so kleine Erhebungen und Vertiefungen und Querlinien und so. Cool gemacht. Sieht sehr, sehr interessant aus. Und wirkt insgesamt halt auch ziemlich mächtig. Die Figur, weil er halt diese breiten Flügel hat. Die sehr, sehr cool aussehen. Und auch hier diese Überhänge an den Armen sind nicht verkehrt. Das Schöne ist halt, dass man, wenn man das nicht mag, wenn einem das zu viel Kibbel ist auf den Armen, kann man es halt abziehen. Das ist ganz nice. Dadurch ist man ein bisschen variabel. Und auch das Backpack. Und so kann man ja alles runternehmen. Das Einzige, was wirklich stört, ist einmal hier dieses sehr labbrige an den Flügel. Und was ich super faul finde, das sehen wir aber noch im Jet-Mode, sind diese halben Turbinen, die man hier gemacht hat. Die sieht man dann hinterher quasi von oben im Jet-Mode. Aber dass man die nur so halb designt hat und nicht durchdesignt, finde ich ehrlich gesagt ziemlich faul. Ansonsten, cool gemacht, keine großartigen Hohlräume. Hier sogar noch ein bisschen Design innen in den Beinen. Das alles hier sieht super aus. Wirklich schön technisch designt, mit einem blauen Ring noch drumherum. Gunmetal bemalt. Also designtechnisch und auch von den Proportionen, denke ich, ist das eine sehr, sehr cool gemachte Figur, wenn man eine entsprechende Nische dafür bei sich in der Sammlung findet. Für die Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einem Kugelgelenk. Hoch, runter, links, rechts, Drehung. Alles möglich, was man sich wünscht. Und auch toll toleriert, dass da nichts großartig rumschlabbert. Gut gemacht. Dann haben wir den Arm. Sanfte Ratsche erstmal hier auf diesem Gelenk. Das ist ein Problem. Löst sich gerne mal aus der Verankerung. Muss man vielleicht ein bisschen festhalten. Bei der Manipulation, das ist das erste Gelenk. Und dann haben wir noch ein zweites Gelenk, was ein bisschen fest ist für meinen persönlichen Geschmack. Aber dadurch kriegt ihr den Arm wirklich maximal weit nach oben. Und das ist generell cool. Wie gesagt, Toleranz nicht so toll. Und das hier nervt auch. Insgesamt sind hier zwei Ratschen drin, ist aber alles Plastikzahn auf Plastikzahn. Fühlt sich also nicht so super hochwertig an. Funktioniert aber auch. Hier haben wir eine ganz sanfte Ratsche drin. Ihr kriegt den Arm dann mit 360 Grad rum. Bleibt halt so ein bisschen hier an den Flügeln hängen. Das ist aber nicht dramatisch. Ihr habt hier die Rotation des Arms, die funktioniert. Wir haben ein Doppelgelenk. Schon wieder. Doppelgelenk, Ellenbogen, volle Reichweite. Das ist cool. Wir haben die Hände. Finger. Erstmal hier. Basispin. Zeigefinger. Beziehungsweise Abzugsfinger. Weil zeigen kann er damit nicht. Oh doch, hat man ein zweites Gelenk. Guck mal da. Kriegt man sogar gerade. Schönes Ding. Und dann entsprechen die auf einem Basispin. Der Daumen ist starr. Das Handgelenk lässt sich immerhin rotieren. Eine Neigung oder sowas haben wir da keine. Beine. Kurz zu den Flügeln vielleicht. Die könnt ihr im Prinzip, ne. Ihr könnt die auch hier nach hinten winkeln, wenn euch das lieber ist. Ihr könnt die, wenn ihr das Backpack fast haltet, könnt ihr die auch hier so im Winkel noch ein bisschen verstellen. Also fast alles drin, was man sich da wünschen könnte. Dann haben wir die Hüfte. Erstmal. Rotation mit Radschiff. Das ist cool. Und wir haben sogar eine Neigung nach vorne. Und die ist auch gar nicht so arg klein. Also kann man tatsächlich was mit anfangen zur Seite oder so geht. Entsprechend dann nicht. Dann haben wir die Beine. Schöne feste Ratsche nach außen. Hält das alles problemlos. Natürlich, weil hier ist kein Diecast in der Figur. Es ist alles Plastik. Also insgesamt keine schweren Gliedmaßen hier zu halten. Wunderschöne Ratsche nach vorne. Sogar noch über die 90 Grad raus. Und nach hinten würde es genauso weit gehen, wenn ich das Backpack im Weg wäre. Also überhaupt keine Probleme. Oberschenkelrotation ebenfalls mit Ratsche. Schon ziemlich irre. Und dann haben wir hier die Ratsche im Knie. Und hier oben eine zweite. Und dadurch kriegt man auch wirklich über 90 Grad auf jeden Fall. Nicht die volle Reichweite wegen des Aufbaus. Aber alles da, was man will. Der Fuß bleibt noch übrig. Ratsche nach oben und unten. Wobei nach oben geht nicht so richtig viel. Mal gucken, ob wir dieses Paneel hier noch so ein bisschen aus dem Weg bekommen. Nee. Da ist also hier dann Schluss. Ihr könnt die Zehen separat hier noch bewegen. Also die Ferse und Zehe sind einzeln aufgehangen. Dadurch habt ihr noch ein paar Möglichkeiten. Und ihr könnt den Fuß maximal ausstellen. Also die Beweglichkeit insgesamt sehr cool. Der Fuß ist nicht ganz einfach zu machen, weil er hier... Das hier ist mir manchmal ein bisschen zu weich das Gelenk. Dadurch sackt er manchmal ein bisschen ein. Und ihr müsst halt gucken, dass hier die Ferse und der Fuß vorne, dass das parallel ausgerichtet ist. Dass das da vernünftig steht. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber es funktioniert. Und vor allem sind sämtliche Reichweiten eigentlich genauso da, wie man sie sich wünscht. Fast keine Einschränkungen. Cool. Hinten nochmal über die Größe. Wir haben hier den IDW Optimus Prime von A Generation Toy. Der hat Masterpiece Größe. Ist also genauso groß wie ein offizieller Masterpiece Optimus Prime. Und das funktioniert für mich nicht. Vom Stil her schon. Also stilistisch ist das irgendwie ganz cool. Aber dafür ist Jetfire definitiv zu klein. Es ist in IDW nicht ganz so extrem riesig wie im Original Cartoon. Aber er ist schon so, dass er die anderen Bots überragt. Und deshalb funktioniert der Scale für mich ehrlich gesagt nicht. Alternativ haben wir hier mal zwei Chuck-Figuren. Den Hot Flame von SXS. Also einen Lost Light Hot Rod. Und den offiziellen Legends, Takara Legends Ultra Magnus, der in die gleiche Richtung geht. Also hier Leader Class. Und das ist so, ich würde mal sagen grob, irgendwo zwischen Deluxe und Voyager. Das funktioniert für mich von der Größe ehrlich gesagt ziemlich cool. Er ist deutlich größer als Hot Rod. Er ist ein bisschen größer als Magnus. Das passt definitiv zusammen. Und stilistisch passt das für mich deutlich besser. Weil wir uns hier ja von sämtlichen Erdenmodi verabschiedet haben. Und nur noch futuristische Cybertronische Modi mit uns rumschleppen. Und da passt der stilistisch wie gesagt richtig gut rein. Zum Abschluss noch was für die Jetfire Fans da draußen. Das ist der War for Cybertron. Commander Class Siege Jetfire. Und der überragt ihn doch deutlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand den Charakter sammelt, hat er hier eine weitere schöne Option. Vorhin habe ich gesagt, dass die Figur keinen Die-Cast enthält. Das heißt aber nicht, dass sie leicht ist. Erstmal ist er 24 cm groß. Also schon ganz ordentlich. Und bringt fast ein halbes Kilo auf die Waage. Also dafür, dass es nur Kunststoff ist, ist es davon aber eine Menge. Für die Verwandlung entfernt ihr als erstes hier die beiden Turbinen von den Armen. Und die beiden großen Knarren hier vom Rücken. Und anschließend den Unterarm hier an dieser Stelle dreht die Hand 90 Grad nach innen. Und mit der Handfläche nach innen legt ihr die Hand dann hier entsprechend rein. Sodass ihr das Ganze hier wieder schließen könnt. Als nächstes trennt ihr die Seite vom Torso ab. Bringt sie auf diesem Doppelgelenk hier nach unten. Und schwingt die gesamte Schulter hier 90 Grad hoch. Den Arm dreht ihr um 180 Grad, sodass dieser Pin hier nach vorne zeigt. Bringt sie 90 Grad hier oben in die Schulter. Schwingt anschließend das Ganze hier an dem Gelenk 90 Grad runter. Und bringt den ganzen Arm um 90 Grad vor. Klappt das Visier nach unten. Dreht den Kopf um 180 Grad. Und klappt dann hier das Cockpit 90 Grad hoch. Bringt die Schnauze hier einmal rum. Und rastet sie hier mit etwas Druck ein. Und schwingt anschließend das gesamte Cockpit hier auf diesem Doppelarm einmal nach oben und rum über den Kopf. Klappt jetzt die ganze Hüfte 90 Grad nach hinten. Es geht nicht um das Gelenk hier vorne, sondern um das, was weiter hinten sitzt. Seht ihr dieses hier. Und schwingt das alles hier erstmal 90 Grad, dass ihr dieses Teil hier sehen könnt. Unterhalb des Boards bringt ihr anschließend diese beiden Arme hier der Länge nach zusammen. Da und da sind entsprechend die Orientierungspunkte. Führt es einigermaßen gerade in der Mitte zusammen. Und drückt es aneinander, sodass es entsprechend einrastet. Nicht ganz einfach, weil da sehr viele Gelenke im Spiel sind. Bringt die Beine zunächst hier auf diesem Gelenk nach draußen. Und dreht sie dann mit der gesamten Hüftapparatur hier 90 Grad hoch. Und dreht sie dann hier an diesem Gelenk wieder 90 Grad zurück. Anschließend schwingt ihr jetzt hier diesen gesamten Teil auf diesem Doppelgelenk nach oben. Damit diese Pins entsprechend hier einrasten. Keine Ahnung, ob ich das vernünftig aufs Bild bekomme. Aber ich glaube, ihr wisst ja doch so grob zumindest, was ich meine. An den Beinen klappt ihr jetzt diese Klappe auf. Schiebt sie hier einmal nach unten. Und klappt dieses kleine Paneel 180 Grad raus. Dieses Ding hier hat bei mir eine Tendenz rauszufallen. Das ist eigentlich eingeklebt. Nur der Klebstoff hält nicht wirklich. Vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen was nachlegen. Bringt das Schienbein hier einmal nach oben, dass es hier sauber anliegt. Und klappt den Teil nach unten. Anschließend dreht ihr den Fuß hier 90 Grad nach außen. Auch wenn die Anleitung 180 Grad sagt. Bringt dieses Teil hier alles sehr feste Gelenke nach oben. Und dreht den Fuß hier vorne an der Spitze um 180 Grad rum. Der nächste Teil ist tatsächlich der ätzendste insgesamt. Wir müssen jetzt einmal das Ding rumdrehen. Und jetzt diese beiden Beine hier werden jetzt hier zusammengeführt. Und dann am Ende mit dieser Öffnung auf diesen Pin gelegt. Und dann hier, ihr seht, hier ist so eine kleine Nut. Und hier ist das entsprechende Gegenstück auf der anderen Seite. Da werden die Dinger dann zusammengeklebt. Das Schwierige dabei ist, das alles so zu machen, dass einem A nichts abfällt. Und B, dass man hier nicht an den verschiedenen Teilen hängen bleibt. Ich klappe immer das Flügelpack erstmal so ein bisschen an die Seite. Und dann müssen wir zunächst erstmal an diesem Gelenk. Hier 45, ne nicht an diesem, das ist nämlich auch der Punkt. Nicht hier, sondern hier an diesem Gelenk. Ungefähr so auf, ich sag mal, 45 Grad etwa kommen. Und die restliche Strecke machen wir dann hier über das normale Hüftgelenk. Dann solltet ihr so ungefähr grob in die richtige Richtung kommen. Ihr seht, das ist hier jetzt gerade abgefallen. Also Teile fallen bei dem Ding wirklich viele ab, muss ich sagen. Das geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf den Zeiger. Ist aber hier nur drauf gesteckt. Also kein großes, kein großes Drama. Ihr habt auch hier, die Kamera kann man erkennen, ein bisschen scharf gestellt. Da ist noch ein Stift und der muss hier entsprechend ein. Also ihr müsst schon gucken, dass ihr alle Punkte ungefähr trefft. Was in der Tat nicht ganz einfach ist. Da bin ich jetzt soweit drin. Mal hier oben gucken. Da bin ich zumindest in der Nähe. Ich zeig euch jetzt mal den ganzen Prozess, weil das ist wirklich einer der ätzendsten Teile dieser Transformation, das alles ausgerichtet zu bekommen. Und dann müsst ihr halt am Ende das andere Bein hier, muss genauso gemacht werden. Das ist aus dieser Perspektive fast nicht denkbar. Eins, zwei, drei Klicks etwa und dann den Rest übers Hüftgelenk. Und ihr seht, jetzt kriegt das hier so ganz grob schon mal die richtige Form. Hier oben ist es jetzt zusammen. Hier unten rastet es auch grob ein. Und dann muss es in etwa so aussauen. Jetzt kommt noch ein kniffliger Part. Die Teile hier so weit nach oben, wie es irgendwie geht. Die Flügel dreht ihr hier an diesem Gelenk 180 Grad rum. Drückt sie hier entsprechend. Gehst du da rein. So. Daran, das hier oben einigermaßen gerade ausrichten. Das Ganze hier nochmal wiederholen. Zack, zack. Und jetzt müsst ihr zusehen, dass ihr diese Klappe hier 90 Grad ein bisschen nach unten winkelt. Denn die muss jetzt hier drunter rutschen in dem Moment, wo ihr das hier zusammenschiebt. Und diese Teile müssen hier drüber. Und das ist so unglaublich eng gestrickt, dass das sehr schwer machbar ist. Ich mach das so ein bisschen immer hier so die Finger drunter. Und dann das hier so vorbeidrücken. Und dann geht das ganz gut. Aber ihr müsst halt auch gucken, dass das Teil hier unten entsprechend so sitzt, dass es auch wirklich drunter rutscht. Und das ist wirklich eine eklige Fummelei. Dann habt ihr hier am Ende, seht ihr ja, diese kleinen Schlitze. Hier sind Pins auf der Unterseite der Klappe. Und damit müsst ihr das Ganze dann hier abschließen. Das ist aber tatsächlich nicht einfach machbar. Jetzt hat es Klick gemacht. Und jetzt kriegt das Ganze hier auch eine Form. Das Cockpit könnt ihr jetzt hier schon mal dran drücken. Das sitzt dann hier sehr sauber in der Fassung. Unter den Flügeln habt ihr jetzt hier diese Teile. Das sind diese Fake-Turbinen, die ich vorhin gezeigt habe. Und die müsst ihr jetzt rausklappen. Und hier ist ein klitzekleiner Schlitz da an der Seite in diesem roten Teil. Und da müsst ihr die reinstecken. Bei mir war der Pin hier zu breit. Ich musste ihn tatsächlich ein bisschen abfeilen, damit er dann passt. Aber jetzt geht das ziemlich gut. Aus diesen beiden Teilen macht ihr jetzt einen. Ihr habt nämlich hier diese drei Öffnungen hinten dran. Und da steckt ihr die kleine Turbine einfach rein. Macht das auf der anderen Seite ganz genauso. Und dann habt ihr auf der Oberseite des Fliegers zwei Ports, wo ihr das Ganze verbinden müsst. Ihr habt euch schon wieder abgefallen, dieser Kram. Himmel, Herrgott. Ihr habt hier den runden Pin, der gehört entsprechend da rein. Und ihr habt hier hinten diesen Ecken, der gehört da rein. Und das geht ganz gut. Ihr müsst halt gucken, das muss alles sehr sauber passen. Wenn an irgendeiner Stelle die Teile nicht richtig zusammen sind, dann kann es sein, dass ihr jetzt durch das Verbinden des Pins hinten das wieder rauszieht. Und das sieht auch hier tatsächlich so aus, als wäre das noch nicht so hundertprozentig. Das hier, das ist das, was ich meine, ne? Jetzt ist hier das Ganze nicht hundertprozentig sauber ausgerichtet. Dadurch rutscht das hinten aus der Fassung. Ich sehe aber auch ehrlich gesagt nicht, an welcher Stelle ich es jetzt nicht sauber hätte, weil ansonsten ist der Jet eigentlich ziemlich gerade. Aber so müsst ihr beide entsprechend montieren. Eine Seite und hinten habt ihr noch die andere Seite für diesen Look. Holt jetzt hier noch das Fahrwerk entsprechend raus, bringt die Flügel hier ein bisschen in Ordnung und dann seid ihr mit dem Jet-Mode von Buster Skywing fertig. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, macht das echt ordentlich was her. Es hat tatsächlich ein bisschen was vom Quinjet von den Avengers. Und schön, dass man hier diese recht glatten Oberflächen insgesamt... Die Form ist eigentlich sehr, sehr cool. Also ich mag das. Auf den ersten Blick finde ich es wirklich richtig cool. Es ist auch einigermaßen abwechslungsreich. Diese weiß und rote Ebene ist klar getrennt. Wir haben ein paar schöne Akzente. Dieses bläuliche Silber irritiert mich ein bisschen. Ich glaube, ich hätte ein kleines Silber besser gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das hier vorne zusammenpasst. Ich habe das Gefühl, hier ist ein normales Silber. Hier hat es diesen leichten Blaustich. Ich kann es nicht genau sagen. Aber ich glaube, ein ganz simples Silber hätte ich vielleicht ein bisschen cooler gefunden. Und ja, das ist der Jet. Ihr habt hier, wie gesagt, die Fahrwerke hier. Vielleicht müssen wir die noch ein bisschen nach hinten ziehen, dass die wirklich parallel zum Jet sind. So. Und dann steht er da drauf. Rollen oder so kann er jetzt nicht. Ihr könnt auch so insgesamt jetzt hier mit dem Jet nicht viel machen. Klar, ihr könnt jetzt hier mit den Flügeln noch so ein bisschen spielen. Das geht schon. Aber das war es dann auch. Außer geht da nicht mehr viel. Das große Problem ist, wenn ihr dieses Ding rumdreht. Und das ist eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Hier drin ist alles hohl. Ihr seht klar die Rückseite, aber trotzdem klar erkennbar den Kopf. Dieser ganze Kram hier, der stört mich noch gar nicht so groß an. Jetzt die Turbinen nach unten zeigen sie für so einen Segrechtsstarter. Das ist okay. Aber es ist eine ziemliche Katastrophe. Und ich finde es deshalb so schlimm. Und das wirkt auch mit den Turbinen hier. Diese Fake-Turbinen. Mich stört das deshalb, weil gerade bei Fliegern, für mich zumindest, das sind doch eher mal so die Kandidaten, die wenn man sie in diesem Mode hat, stellt man die vielleicht auf einen Flightstand. Dadurch stehen die ein bisschen höher. Dadurch guckt man vielleicht auch eher mal drunter. Und deswegen finde ich bei Jets halt die Unterseite auch wichtig. Und die ist bei Buster Skywing einigermaßen misslungen. Das ist für mich hier das Glaring Hole. Also das schreit mich geradezu an. Ist wirklich nicht gut. Aber ansonsten vom Look, vom Design und so weiter ist das schon ziemlich cool. Das hier ist auch im Jet-Modus nervig. Das Gute ist halt, dass es in dem Winkel, wie es eigentlich soll, nämlich so leicht schräg, da immerhin hält. Aber jetzt hier irgendwie so, dann ist... Ich weiß nicht. Der Flügel ist einfach im Umgang ein bisschen nervig. So geht es übrigens auch. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Es ist kein schlechter Jet. Überhaupt nicht. Design ist cool. Oberfläche ist cool. Von unten hat man es halt nicht wirklich zu Ende gemacht. Und für den Größenvergleich habt ihr hier mal ein Masterpiece-Auto. Also das Ding hat schon ordentliche Größe. Kommt sehr, sehr cool rüber. Fazit. In Sachen Konstruktion hat die Figur einiges nachzuholen, wie ich finde. Sie ist relativ komplex. Klar, sie muss drei Modi durchziehen. Aber diese Komplexität, da hält die Figur einfach nicht mit. Viele Sachen stecken nicht richtig zusammen oder sind nur schwer zusammenzubringen. Das Zusammenbauen des Fliegers zum Beispiel. Hinten ist eine relative Katastrophe. Dadurch macht die Transformation auch nicht richtig Spaß. Im Bot-Mode fällt einem der Torso ständig auseinander, was unglaublich nervig ist. Und dazu kommen noch so Kleinigkeiten wie der labbrige Flügel, die abfallende Ferse, dieses rote Teil, was ich wieder einkleben musste. Also diese ganzen Dinge summieren sich zu einem sehr gemischten Eindruck, was die Qualität angeht. Das Plastik ist eigentlich ziemlich cool. Also fühlt sich stabil an, haptisch hochwertig und auch optisch. Dieser matte Look ist ehrlich gesagt cool. Von daher, daran liegt es nicht. Es ist, glaube ich, einfach die Art und Weise, wie man die Figur ausgedacht hat. Ist nicht so ganz optimal. Vielleicht hätte man auf den Combined Mode tatsächlich verzichten sollen. Vom Design her finde ich sie großartig. Der Bot sieht richtig genial aus. Ist ein schönes, stilisiertes Jetfire-Design. Passt in eine IDW-Sammlung. Passt in eine isolierte Cross-Dimension-Sammlung. Auch wenn es dafür eigentlich nicht genug Figuren gibt. Und passt vielleicht sogar mit ein bisschen Wohlwoll in eine G1-Sammlung. Dafür ist er zwar ein bisschen zu stilisiert, aber er ist noch nicht zu weit weg vom Quellenmaterial. Kann man schon machen. Der Jet sieht ebenfalls ganz cool aus. Man darf halt nicht drunter gucken. Von unten ist eine mittelschwere Katastrophe. Die Transformation macht aufgrund der beschriebenen Konstruktionsschwierigkeiten nicht so richtig viel Spaß. Das ist schade. Und die Gelenke sind auch eher so Mittelmaß. Was absolut großartig ist. wirklich überdurchschnittlich gut ist die Posierbarkeit der Figur. Also Fotos mit dem Ding machen und verschiedene Posen ausprobieren. Man kriegt fast alles hin, was man will. Das macht richtig Laune. Und durch die vielen Ratschengelenke hält er auch jede Pose relativ problemlos. Nicht jede Ratsche funktioniert gleich gut. Die in der Schulter zum Beispiel geht mir unglaublich auf den Nerv, weil sie zu fest ist. Die Doppelratsche im Knie, da ist eine zu locker, die andere zu fest. Die Füße sind mir ein bisschen zu locker. Also die Toleranz der Gelenke ist nicht so optimal. Aber insgesamt bekommt man eine cool designte, extrem gut posierbare Figur. Die mit einigen Konstruktionsschwächen daherkommt. Die meines Erachtens auch ein bisschen überteuert ist für das, was man bekommt. Am Ende kann man aber sagen, wenn man mit dem Design, wenn man das Design bei sich in der Sammlung unterbekommt, wird man nicht enttäuscht. Mit Abstrichen muss man aber rechnen. Soweit mein Video zu Buster Skywing. Danke nochmal an Miss Onslaught für das Ausleihen der Figur. Und danke an Tim für das kleine gemeinsame Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.